Sie willkommen zurück hier bei Trouble in Terrible's Town. Diesmal ohne Dete, denn der Michael ist weg. Weil Michael ist ne dumme Fotze. Tschüss. Verräter. Tschüss. Ja, Michael ist T. Halt's Maul und verpiss dich. Geht doch. Weißt du, jetzt haben wir keinen Wendem Art mehr. Jetzt haben wir keinen Spaß mehr. Ja, ist so. Das Leben macht keinen Sinn mehr. Typ ist es. Jo. Weißt du, jetzt mach nur noch die Traitor wirklich Spaß. Könnt ihr mal eben auf die Häuser schießen, weil, guckt euch das mal an, das ist blau oder lila. Gibt's den Random Mart auch für den Tee? Blau oder lila? Alter, stimmt. Gibt's nicht für den Tee. Schade. Bei mir ist überall so ein Dings ranhaut, kommt Blut. Können Dete aber auch Blut untersetzen. Ja. Bei mir kommt Blut, wenn ich irgendwo ranhaut. Blut? Ja. Wenn ich hier so ranhau, kommt hier... Oh, ja, du hast recht. Oh. Und wenn ich hier wogegen schieße, dann kommt da rote Einschuss mit auf. Hä? Was ist denn mit euch los? Was ist denn das? Aua. Ey, du verbrennst ja hier. Warum bin ich auf einmal? Oh, wer ist hier schon mit der Feuer dranhaut? Ist das hell in den Häusern, ey? Oh, Alter, hast du recht, ist richtig hell in den Häusern. Ey. Wieso bist du hurt? Oh, aua. Ja, weil ich vor gerade Feuer gelaufen bin, richtig, dass du das nicht sehe. Das ist halt scheiße, wenn die ganze Zeit Brandgranaten werfen. Alter, ist das... Ja, das ist besonders richtig kacke, wenn man die wirft, bevor es losgeht und dann von wegen, ja, haha, hab ich geworfen, ist lustig. Wer war das? Ich schmeiß nur Smokes. Ey, das war raus. Hallo, Rex. Ich muss hier weg. Hab ich's Tee. Hä? Nö. Doch. Wieso brennt hier alles? Was soll das, Leute? Komm, schmeißen wir auch eine dazu hier. Zack, Achtung, Achtung, Incendary, Achtung. Jetzt sieht die noch jemand. Irgendwann hat die auch nicht gesehen. Hier snipert jemand. Ich bin gemuted, ich vollidiot. Hallo, Eli. Ich bin schon gewundert, wieso du so wenig sagst. Hallo, Dave. Ja, hier ist mein Tod. Aua. Ja, ich geh gleich sowieso bei mir um die Ecke hier in die Spiegelung. Ja, ja, Friesenstraße ist das. Es fragt, willst du noch vielleicht deine Anschrift so... Ja, ich wollt grad sagen, so Adresse, Anschrift, willst du das auch noch alles einfach... Ich hab gesagt, bei mir um die Ecke, Friesenstraße. Ja. Das ist halt, äh, keine genaue Angabe. Naja, in Aufnahmen davor war dann schon die, die Stadt denn zu nennen. Oldenburg. Indy, ich vertrau dir. Ich nicht. Kommt zu mir, traut euch. Den hab ich grad schon untersucht. Wie vor du geschnippert? Lol. Mhm, 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 mhm. Endlich. Aha. Mhm, 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 ja, ja. Mhm, mhm, mhm. Oh, meine Haare sitzen nicht. Gott, mhm, henni. Mhm, mhm, mhm. Oh Gott, mein Herz! Mhm, 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 mhm. Überall sind hier plötzlich kleine Fotzen und ich bin stuck. War in dir, Rex. Oh Gott. Hallo. Rex, warum bist du near the death? Oh Gott. Weil ich da in Lava, äh, quatschen Lava gefangen runtergefallen bin. Nee, Rex, warum bist du wounded? Wounded? Warum denn ich irgendwie mal in den Zymbulator in die Firegrenade geschlossen hab? Die Skombombulator. Mach, 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 mach. Dies kommt's. Oh, henni halt die Fresse. Mach, mach, mach. Mach, mach. Halt die Fresse jetzt. Oh, da ist jemand gemacht. Da ist jemand gestorben. Ja. Ich hab Mark erschossen. Ich hab nicht so seine Leiche hin, ne? Oh, ich hab ihn erwischt. Er hat mich mit, äh, dings verfehlt. Mit der. Mit der? Wir sind, äh, Mennex. Rex, warum greift er dich nicht an? Ich schieße auf das Ding. Ich treffe es nicht. Äh, wer hat den? Oh Gott, da sind voll viele. Hey, weg, weg. Oh Gott, das noch was. Achtung. Rex, ist es. Der kommt nochmal wieder. Ja. Alter, diese Man-Hacks gehen mir auf den Sack. Jetzt sind das viele. Rexy, Baby. Ey, das kann nicht wahr sein. Was? Herr Hini, wieso bist du noch gestorben? Fuck, mein Ass. Ich bin die ganze Zeit auf der Seite gelaufen. Aber Hini, habe ich dich noch getötet? Nein, ich habe ihn getötet. Weiße, wie viel Leben hattest du noch, ungefähr, Hini? Äh, 32. Keine Ahnung, wie lange hast du dein Fake gesetzt? Ich hatte noch 12. Wow. Weiße, aber die Man-Hacks waren gut, aber das war ein bisschen offensichtlich, ne? Mhm. Kommt noch um die Ecke gelaufen und fünf Man-Hacks hinterher. Ja, und nicht nur das, keiner hat dich angegriffen. Ja. Doch, 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 doch. Nein, nein, nein. Du musst dir das nicht bleiben. Nein, die Panics greifen keine an. Also greifen keine Tees an. Ja. Ah, ich weiß. Oh, Feuer. Hini, wenn du Tee wirst, gib mir was. Korax und ich sind Tee. Marc, das gibt es nicht. Ich bin aus der Scheiß immer wieder inno. Alter, ich bin eine vernünftige Waffe. Ich hab hier, man. Dad, wieso cheatest du und kommst da oben hin? Ah. Den Tod? Ich bin aufs Dach raufgegangen mit der Leitung. Wie denn? Na ja, schaue. Geh mal aus dem Weg, verpiss dich. In dem Scheißhaus ist einfach eine Leiter, Mann. Oh. Hey, du hast recht. Hier sind nur Pisswaffen, nur Dreckswaffen. Lauf doch nicht weg von mir. Nur Dreckswaffen. Dave, hier, versteckt. Ich bin bei Dave, falls ich tot bin. Ja, ich bin bei Rex, ne? Na, Herr Ascha? Wolltest du mir da herlaufen? Wenn ich tot bin, ich bin bei Hini. Guck mal, man kann einfach sowas schmeißen. Hast du's gesehen? Ich hab auch eine geworfen. Was sag ich's gar nicht, ne? Hast du's gar nicht erwacht? Wenn wir wieder Brandgranaten haben. Oh mein Gott. It's Jason Bourne. Oh mein Gott. Dann guck dir Korax an. Hm? Mann, ich hab... Ich will eine vernünftige Waffe haben. Lauf, Korax. Wir beobachten nicht. Oh, hier, eine vernünftige... Oh, da. Man sieht, du seid auch einfach nicht vernünftig. Hey, Kimi, lauf. Moment, Moment, Moment. Was hat der da gerade in der Hand? Wer jetzt? Neo, wieso bist du hurt? Weil ich von... Weil hier für eine Bandgranate wieder geworfen worden ist. Alter. Alter, Neo. Da hinten, wer ist das? Oh, ja. Was war da? Süff hat auf jemanden geschossen. Ja, dann weg damit. Eddie, ich komme schon mit dir. Süff hat auf jemanden geschossen. Wirst du dir safe, sicher, dass der ist? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das ist. Und der ist gerade runter von dem Dach. Ja, dann müssen wir... Der war hinter dem Süff. Der war aus deiner Sicht, aus deinem Sichtbrech raus. Süff. Eni, auf wen hast du da geschossen? Auf Süff. Ja, und der war Inno. Und wieso tötest du ihn? Ähm... Wegen dir? Wieso? Weil du gesagt hast, dass er auf jemanden geschossen hat. Wieso glaubst du mir das einfach? Okay. Dann muss Rex ihn ja nur zu angestiftet haben. Ja, dann geh ich davon aus, dass Rex einfach uns nur gegeneinander aufstacheln will. Dann hätte ich David schon lange getötet. Weg mit T. Nicht, wenn der auch T ist. Ich wollte gerade sagen. Das sind das immer diese Standard-Aussehen. Dann hätte ich den schon lange töten können. Na eben, hinter ihm. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Hier bleibt einfach. Da wurde gerade noch jemand gemacht. Ja. Leut. Wer? Wo? Ah, das ist schön. Der muss hier irgendwo noch rumhängen. Okay, warte. Na, äh, Eddie, bleib mal kurz stehen. Ja. Wo ist los? Wo bist du? Was bist du denn? Ähm, hast du gerade Mark erschossen? Nein. Ich glaube, 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 Was denn? Korax ist es. Ich meine auch Hini ist es, weil Hini hat einfach so auf ihn zu schießen, ohne zu warten. Und da hinten hat jemand jemand erschossen und das war Korax. Korax ist T. Hm? Nein. Ich kann ihn jetzt nicht confirmen, ohne hier runter zu gehen. Das will ich nicht. Ich confirm ihn. Hä? Du bist weg. Okay. Ja, siehste, sag ich doch. Korax ist K.O.S. An alle, ne? Eddie, du lebst noch, oder? Nie, nie trug es auch, nie trug es auch. Nie trug es auch. Was? Warum? Rex und ich, wir beide sind letztendlich die einzigen Analyse. Da hinten. Ach, scheiße, der hat irgendwas. Ich hab doch gerade auf ihn geschossen. Achtung, geh nicht hoch, geh nicht hoch. Ach, scheiße. Dave, komm. Nee, hier. Danke. Leute, lass mich nicht alleine verbrechen, ich hab mich gleich. Komm bestimmt gleich irgendwo von hinten. Mit einem Melon Launcher oder sowas. Ich komm gern von hinten. Ich weiß. Ich hab hier niemals gesehen, das ist niemals, okay? Einfach meint. Ich sprüge ein Herzenfot. Hm. Wo seid ihr denn? Ich meine, drei Schnucki-Duckis. Ich glaube, wir sind in der Mitte, ja. Ja, du wichser. Ja, was soll man da machen, Alter? Ja, was soll man da machen, Alter? Ich hatte einen Kurzschluss. Ich hatte einen Kurzschluss. Du bist einen Kurzschluss. Weil andere nicht. Du bist einen Kurzschluss. Alle anderen waren halt schon confirmed. Aber eine gute Runde. So, die Runde mach ich jetzt noch und dann muss ich los. Ja, da sind noch drei Rounds auf der Map. Ach, Rex, drei Rounds. So viel Zeit hab ich eigentlich nicht. Ne, OST. Nein, bin ich nicht. Rex, warum hast du ein Date-Tunterspiel oder was? Nein. Ich treffe mich noch mit Axel. Vorsicht, Smoke. Dave, was schmeißt du hier mit Granaten? Lass dich mit Granaten schweißen, wie viel ich will. Vorsicht, Incendary. Alter, hier brennt schon wieder alles. Hey, Rex. Vorsicht, Incendary. No weed every day. Boah, nee, Alter. Fuck off. Tü, 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 Tü. Leu. Tü, Tü. 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 Ja, ich hab auch eine Weile draufgeworfen. Hini, das ist nicht witzig. Das ist mein Part. Ja, Tü, könnte mich aber, wenn ich tot bin, ist es Tü. Achso. Boah, du Disco-Pimmel. Ha? Disco-Pimmel. Disco-Pimmel, dingelingeling. Burn the fucker down. Was macht ihr da? Na, brennt die Schwarzen. Musst du mal kurz was klären? Gebt es noch, Tü? Wir schmeißen Modeltop-Cocktails durch Fenster. War das denn, ja. Okay, Tütt lebt noch. Also entweder ist Tütt gemutet oder redet nicht mehr mit. Sorry, ich war gemuted. Hini? Ja? Dein Karma ist gar nicht unten. Wieso nicht? Weil ich die lieben X-Rater gekillt habe. Ah! Weil du hast mich getötet. Was zur Hölle machst du da, Mark? Du hast X-Richt getötet und der war eh nur. Ja, aber ich habe vorher auch mich eingeschissen. Toll. Sicher? Ja. Glaube ich dir nicht. Ich glaube, Hini ist es. Ja, ich bin... lebt doch noch. Egal. Was ist nur los bei euch? Gehen wir wieder da hin? Ja. Ja. Ich bin gerade einfach... Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Haus. Kann sein. Ja. Oh Gott, ich sehe nichts. Das ist Mark. Warte, ich bin voraus gefallen. Ich habe jetzt aber immer 54 lives. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hini? 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 Wo bist du? Ich bin da oben, wo wir gerade waren. Ich bin die ganze Zeit in der Nähe von Mark. Wenn ich vielleicht tot bin, dann ist es Mark. Okay. Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Nein. Wir beide. Okay, Mark. Lauf bei mir vorbei. Wo bist'n du? Hola, Senor. Hä? Hola. Hola. Hola, Schminior. Was ist los mit dir? Hola. Eddie, geh weg von mir. Eddie, geh weg von mir. Hast du gerade einen Gebanate nach uns geworfen? Nein, das ist Smoke. Okay. Nein, 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 nein. Eddie, geh weg. Hör auf, auch nicht zu schießen. Eddie, Eddie will mich umbringen. Eddie, Eddie will mich umbringen. Eddie will mit mir. Eddie, ich bin da, wo wir wollen. Ja. Jo, ich komm. Hini läuft mit Laserschwert durch die Gegend. Das ist Traitor-Verhalten. Weil er ist Asiater und... Ja. Asiater und... Fabi ist tot. Was? Und jemand ist runtergefallen. Verdammte Scheiße, ich bin auch runtergefallen. Und noch. Ja. Ready? Na ihr beiden? Na ihr beiden? Seid ihr beide Traitor oder was? Ja, natürlich. War das? Das darf ich ja nicht sagen. Äh... Hier wurde jemand erschossen? Ja. Na, ich hab keine. Ich hab ne Neckel. Hallo? Da hinten. Äh... Ist... Handy war das. Ja klar, weil ich auch mit der Tod verdient bin. Du bist so ein grenzdebiles. Scheiße. Tut mir leid. Boah, Axel, hast du ne... Ich hab ne Neckel. Was ist denn los für euch? Sorry. Hit. Ist das euer Ernst? Marc, fick dich. Hit. Ich hab sogar noch gesagt... Mit der Xykenforde, ne. Oh, die beiden sind es. Die beiden gucken mich nämlich genauso beide an. Hit. Und war überhaupt tot. Sorry, Henni. Jungs, das war lieb von euch. Also wirklich. Und Fabi, du warst der Beste. Na die Fresse, Marc. Ich wusste nicht, was ich kaufen soll. Weißt du, ich hab da nicht umgestanden. Weil ich gerade was gek... Weil ich gerade was kaufen musste. Ich will da rein. Ja, lass mich da erstmal raus hier, verdammte Axt. Mann. Xyv! Jetzt verpisse ich da. Ich bin auf dem Weg. Xyv, das ist ein Grund zum Bannen, das weißt du. Blockieren ist verboten. Immer noch. Das war noch in der Aufwärmphase. Zack und Hup. Hopp. Ach, scheiße. Ich fall da immer runter. Äh, rein. Raus. Ist klar. Ach Gott sei Dank, gerade so. Ach Gott. Hä? So, und jetzt? Sorge mir mal dafür, dass es war keiner hinter... Ah, die Granate war zu kurz. Keiner hinterher kommt, wollte ich sagen. Vorsicht. Auf mich wurde eine Incentory geworfen. Ey. Oh ja, die war zu... Achtung, 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 vorsichtig. Oh Mann. Eddie, Vorsicht. Immer dieses Feuerscheißdreck. Immer diese fucking Feuer. Oh, dieses Feuerscheißkacke. Da ist jemand in den Brunnen gesprungen. Was? Ja, kannst du doch auch mal. Ist da nicht T-Raum? Nein. Nee, da ist nur ein Fortnite in Nether. Äh, irgendjemand... Forbi wurde gerade mit einem Boomerang gekillt. Wo weißt du das? Weil ich gehört habe, wie er von einem Boomerang gekillt wurde. Sicher? Man hört den Boomerang doch gar nicht, oder? Ja, aber man hört, wenn jemand wie durch eine Pop gekillt wird. Wo bist du hin? Ich bin hinten in der Ecke. Achso, okay, okay, okay. Wo ist, äh, Fabi? Ich weiß nicht, wo genau er gestorben ist. Ich hab's nur gehört. Vielleicht... Vielleicht verarscht uns ja auch. Nein, und jemand zieht gerade seine Leiche weg. Da! Ja, wir zieht gerade seine Leiche weg. Wo denn? Dave wurde auch getötet. Wovon? Ich hab hier nichts gesehen. Der ist nur runtergesprungen und dann war er weg. What's going on? Vielleicht auch der Show muss go on. Gut, du lebst noch. Ja, Jascha. Na, ich glaub das nicht. Wolltest du hier wieder waffen, oder? Damit du die Leute auch bringen kannst, oder? Ich geh bloß weg, ey. Ich will... Jo! Hast du auf mich geschossen? Nein. Ja. Ich schieß... Ich hau dich weg! Alter, geh weg von mir! Was zum Teufel? Okay. Teil ins AWP. Typ ist tot. Digsa ist auch tot. Okay. Marc, lebst du noch? Gut. Ähm. Hi Eddie. Hi Rex. Hallo. Die werden uns nicht helfen. Du bist wieder im Camp nicht? Nein. Die werden helfen, die zeigen nämlich alle deine Richtung. Nur wenn sie mich finden können. Kauf dir mal ein Radar eben. Ich hab nix. Schade. I have no coins. Wir waren Dete... Ach nee, wir haben ja... Ach schade, wir haben ja keinen Dete. Wir haben keinen Defektiv. Ich hab ihn. Oh. Hahaha. Aber wenn ich dann einfach geflogen bin. Ja. Der Boomerang kam aber auch richtig richtig schließt. Wie ich einfach alle mit der Silent Shotgun weggehauen hab. Die ist schon geil, die Silent Shotgun. Das hat richtig gut funktioniert. Das war schön. Äh. Your damage is reduced by 2%. Aha. Oh mein Gott. 2%. Incendiary. Räuchern wir bei dem Pool hier aus. Äh. Doch. Oh. Disco. Ich hasse dich sehr sehr sehr. Dinga linga 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 alle weg sie singen. Dave, wieder auf der Stelle? Ja. Nice. Oh, Leon. Ich bin diesem Manusent. Und du? Ich auch. Bist du schon... Nein. Das ist ne Falle. Das ist hundertprozentig ne Falle. Glaub ich auch. Ich glaub Dave ist ne einzige Falle. Oh, eh. It's a trap. Goal. It's a trap. It's a crap. Jemand hat da gerade ne Disco rum drauf geworfen. Die direkt wegen Hohen sind. It's a crap. Hä? Eddie hat immer noch eine Zeile schockt, Jan. Was redest du da? Verpiss dich. Junge, ich schieß dich ab. Du hast dich schon... Junge! Der schießt hier. Eddie ist es. Nein! Ab ihn. Halt, halt geht's gut. Dave ist Proven. Korax auch. Und... Wer hat da noch geschrien? Das Neo oder Henny? Schief war das. Dave, wo bist du? Wieso bist du da hinten? Achso. Ja, Entschuldigung. Hä? Hups. Äh, wen hatten wir jetzt? Eddie, ne? Eddie hatten wir. Ja. Ist der denn noch schon tot? Aua. Eddie ist tot. Der hab ich. Der liegt da noch. Dave, bleib unten. Bleib unten. Alter, ey. Dave, bleib unten. Das war vom anderen, vom anderen Ende der Karte. Ah. Nee, du hast... Du standest da rum, als würdest du shoppen. Ich bin Proven, Alter. Warum? Weil er... Weil er... Oh. Ah, scheiße, hier. Äh, es ist Neo. Neo ist es. Neo hat gerade mit dein... Dings auf mich geschossen. Mit ner Waffe. Äh, mit einem Slyper. Ich hab grad gar nicht auf dich geschossen. Was greifst du dir? Ich hab nur noch 50 HP, ich bin ruhig. Ich hab mir grad ne Zigarette angemacht, du. Ach, ich mach dich gleich an. Geil, Alter. Darf ich mit dabei sein? Nein. Der war an dem hinteren Steinturm, der nicht in der Mitte ist. Okay. Vorax. Ja. Geht doch nicht auf mich. Jawoll, ja. Oh, Leute. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Au. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Vielen Dank.